Was denn? Blue? Obwohl, dann wär ich schneller draußen hier. Ja, aber müsste es ja auch wieder hier wieder hinkommen. Ich hab jetzt ein Leben noch. Ja, aber... Ich hab genug Leben. Ich mein, wie hieß denn der Plan oder Plan? Geil, ich spiel das Ding einfach mal auf. So. Schemettig. Schemettig, ja. Die ganze Glowstone hier mitnehmen. Da ist ein Schemettig, was bräuchte ich da? Zweimal Papier und irgendwas Blaues, okay. Haben wir noch Papier? Da, irgendwo in dieser... Gammelkiste. Was, du bist die Gammelkiste? Du bist die Gammel. Gammel, okay, irgendwas Blaues. Gammel, 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 Gammel. Gammel. Fressen haben wir hier. Fressen haben wir hier. Fressen haben wir nix mehr. Kann man sonst noch reinwerfen? Wir haben nichts, nichts mehr, nichts. Rein damit. Drei Stück brauchen wir für Papier. Jau, übertreib. Fack. Übertreib mal einfach direkt. Ne, ne. Übertreib einfach mal direkt. Achso, ruhig. Papier war... Ah, ja, richtig. Ah, jetzt irgendwas Blaues, Blaues, Blaues. Lapis da. Lapis, Unpiece. Zack, zack, zack. Ne, das war... Bestimmt war jetzt mal irgendwo Papier oder so. Weiß was du kannst, kann ich auch. Ich mach jetzt das mal meinen Magneten auch an. Magnet ist gut. Und verlierst du auch nichts. Wird auch schon die ganze Zeit an. Beste Option. Hm? Die beste Option. Ja. Essen brauch ich nicht. Ich brauch hier eine Kiste. Hm. Ach shit. Jetzt muss ich das irgendwie hoch transportieren, oder? Oder ich nehm den mit. Du 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 du. Oder? Boah. Ist eh schon wieder doppelt voll, ne. Ist doch noch da. Das Kloster und Abbau noch mal so lange dauern muss, ne? Soll aber nicht normal sein. Kacke so. Da hab ich was reingeworfen. SE und TI brauche ich ja nicht. Das andere muss ich rausfiltern. Vielleicht hat er noch keinen mehr hier drin. Da ist doch der Rest. So. So. Hey, ab nach unten. Das haben wir. Oh oh. Ja, das ist volles, ne? Hab ich noch einen Lava-Eimer? Hoffentlich. Hm? Ein Lava-Eimer, da steht das Ding hier oben auf. Ja, ich hab noch einen Lava-Eimer genug. So. Und das ist ein Netherquartz mitnehmen. Hopp, hopp 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 was hat da müssen wir unendlich was er haben ok das sollte eigentlich ganz gut klappen keine lava reinkommt ok das macht jetzt automatisch so lange ich noch energie habe die habe ich mal wieder nicht wie ich mich erkenne 15 schon wieder stelle dass wir da was von her das passiert ja damit nein das ist meine antwort darauf gehen wir es nicht geben willst dann mache ich das aber so gibt einfach meine antwort darauf der stricher der stricher gesagt ja bist du auch so kann aber ein bisschen arbeiten ja auch nicht beim buch was meinst du 12 cent noch ja ne ja 12 cent immer ich hab ja mal ein bisschen was gefunden ein bisschen mal was echt viel naja bis aus dann brauchen wir noch ein bisschen boah das ist wirklich ganz schön viel haben wir noch stacks da unten die ich raus schnapplenzen muss hm lenz und partner ne hab ich nicht mehr ich mach grad mal automatisch ich hab kein problem was neun cobblestone da zusammenpacken um diese scheiße herzustellen wie jetzt so eine maschine hier eingestellt kostet ein bisschen strom aber egal ich bin ein forder mensch ja dass du forder bist weiß ich wenn die maschine das macht ist alles gut irgendwie nur strom frisst pressfressfress wie lange ist da noch strom drei stunden okay drei stunden strom habe ich noch auf den ender dingern okay apropos dem einen nether kann ich jetzt wieder ausnehmen das mob system eigentlich wieder einpacken solange ne ja jetzt will ich nur wissen wo du die diskette hingepackt hast ja wo wohl ganz normal in die kiste rein wo die ganzen disketten drin sind okay jetzt muss ich erst wieder die kiste suchen oh hier ist echt ganz schön viel grad mhm okay jetzt verleckt das einmal kurz und könnte sonst auch die anderen ganzen disketten mal reinstecken und da jetzt alles durchsuchen ne ich will das mob system weiter laufen lassen erstmal solange ich hier am ich glaub bei einigen gebieten ist echt noch ganz viel erz was wir noch brauchen oh hier sind zu viele tiere ne mobs haut ab aua aua spinnen geht weg ja ich hab vier stacks soulcent und oh nice reicht doch erstmal ne ja reicht reicht locker locker flockig ach mann ich brauch nur sticks dann kann ich super viel fackeln herstellen hier ist ne spinne ich tu mir schnell paar fackeln herstellen kosten günstig ohne kohle naja kann ich ja mit wachs oh was slammed by special mob flying spider flying spider habe ich gemerkt die konnte ernsthaft nicht fliegen doch jetzt sind wir über mich rüber geflogen ich habe mich schon gewonnen ich dachte die packt rum ja gut würde ich sagen ja gut ich würde sagen ich bin wieder da hallo wie gehts schon wieder da ich bin so weit gelaufen ich bin so weit gelaufen lol flying spider die feier ich ja gerade alter warum gibt es flying spiders brauchst oder fucks und maps sind doch aus ne siehst du bei mir sinds ja noch an brauchst du noch fackeln wofür weiß ich nicht ups habe ich ausgeschaltet eigentlich ne siehst du hier sinds ja noch an zum beispiel zum beispiel hinwerks schmeiße ich schnell hinwerks war noch keine ahnung kratzer hier hier ich kann ja was text auf er kann reinpacken was ist das denn jetzt auch kloster mehr nicht mehr habe ich nicht die antwort zu mehr nicht warte mal dankeschön schmeißt du in die kiste rein kann ich gerade eh nicht benutzen dankeschön das ist schon mal gut war auch schon wieder ganz dumm normal ist irgendwie ein seltser quads auch ne ja kiste rein für diese flux köste ich hab nicht wirklich viel davon egal wenn ich viel davon ist auch nicht schlimm ich hab nicht wirklich viel mit genau davon ja ist nicht wie gesagt ist nicht schlimm haben wir noch einen ender generator also irgendwas generator mäßiges anschließen kann wegen strom ein lava generator habe ich